Das Hotel Hesperia Playa do Arda liegt im Playa Blanca de La Isar in Lanzarote. Die meisten Gäste des Hotel Hesperia Playa do Arda würden das Hotel weiterempfehlen. Die Weiterempfehlungsrate liegt bei 71%. 638 Gäste haben das Hotel bewertet und es für gut befunden. Durchschnittlich wurden 4,6 von 6 Sonnen vergeben. Dabei wurde das Hotel allgemein, die Zimmer, der Service, die Lage und das Essen sowie die angebotenen Sport- und Unterhaltungsangebote bewertet. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Eine gute Lage zeichnet sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand aus. Das Hotel bekommt für die sehr gute Lage eine Bewertung von 5,3 von 6 Sonnen. Zimmer Dank der guten Sauberkeit, Ausstattung und Größe der Zimmer vergeben die Gäste hierfür 4,6 von 6 Sonnen. Sport- und Unterhaltungsprogramme Für das gute Sport- und Unterhaltungsprogramm vergeben die Gäste 4,6 von 6 Sonnen. Hotel allgemein Sauberkeit und Zustand des Hotels sind gut und erhalten eine Bewertung von 4,4 von 6 Sonnen. Service Im Punkt Service wird das Hotel von den meisten Gästen positiv bewertet. Im Durchschnitt werden 4,3 von 6 Sonnen vergeben. Gastronomie Das Angebot der Küche dieses Hotels entspricht den Erwartungen der Gäste und wird mit 4,2 von 6 Sonnen als gut bewertet. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für's Zuschauen.